ARD Text im Auftrag von Funk 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 man komm 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 ich hab ihn noch grad getötet oh Junge alter ich bin gerade von dir abgestiegen dann ist dein Teil explodiert der Typ hat es gerade doch geschafft raus zu bekommen scheiß ich wollte eigentlich zu töten so ganz knapp versuchen aber der Wegs hat mich auch noch getötet Alter warum kann ich nicht auf den drauf springen oder was die ganze Zeit von so einem anderen Typ abgeballert Alter wichser 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 alter den habe ich doch gerade voll getroffen alter was ich irgendwie ducken ja wie man ganz normal duktat bei dem anderen Spiel auch was geht's noch mal rein alter einen Titan mit dem Scharfschützen Titan der hier so ein Ziel Fanroll dran hat gibt's nicht nein es gibt keinen Sniper als Waffe beiden Titans ja gestorben aber bist du bei hinter mir hinter hinter dir damit warte warte ich kann es gleich auch mal wieder rufen ja jetzt auch ich bin jetzt habt ihr noch gekillt bekommen was für ein Noob alter alter mein Teil ist schon fast schrott man man hat auch gerade nicht gerade ganz wow steigen aussteigen aussteigen alter so schnell bin ich schon lieber im Titan gestorben ich bin ganz oben am Dach alter scheiß Titan hat er mich gerade nur weggesnippt oh wichser bam Titan zerstört ich kletter gerade auf einen Titan drauf verdammt gleich abbauen alter schnell weg schnell weg schnell weg ich will da nicht mehr drauf ich will ja Doppelsprung machen nee sag bloß aber alter oh Junge alter wie viel ja du ich sehe dich da alter yes oh es ist keiner von oben einer geklopft oh ne wir haben wieder verloren die Map ja Punkt bin weg einmal einer mit Raketen ah ne das ist Shotgun ich bin tot also auch nicht ich kann noch einmal Rising dein Typ ist hier ich bin tot verdammt alter wieso so weit weg wieso so weit weg komm schon fuck what the fuck wenigstens kämpft man noch in Ehren meine auch noch oh verdammt wurde von einem Schott getrampelt egal ich habe gerade meins so wieder kämpft wurde von meinem eigenen Schott getrampelt geht nicht kein Arzt geschafft moin Daniel moin ich muss den einladen Chris ich kann den nicht einladen das war's mir wieder mit der Folge tschüss